Wald ist mehr als eine Ansammlung vieler Bäume. Intakte und naturnahe Waldökosysteme sind artenreich und ein wahrer Hotspot für Biodiversität. Keine andere Vegetationsform bietet so vielen Lebewesen Kinderstube und Heimat. In gesunden Mischwäldern können große Mengen Wasser langfristig gespeichert werden. Zahlreiche Quellen sprudeln aus den Waldböden. Naturnahe Wälder fördern die langfristige Bildung von Grundwasser und schützen die Natur vor dem Austrocknen an heißen Sommertagen. Für uns Menschen bietet der Wald einen Ausgleich zum urbanen Leben. Strukturreiche Wälder lassen uns die Schönheit der Natur erfahren und dabei entspannen. Im Wald können wir uns aber auch sportlichen Herausforderungen stellen und eigene Grenzen erfahren. Ein naturnaher Wald speichert äußerst effizient jedes Jahr große Mengen Kohlenstoff und bindet diesen langfristig in Holz und im Boden. Wälder erzeugen frische, kühle Luft zum Atmen für uns Menschen und für Tiere. Dabei sind ältere Bäume viel effektiver, um Kohlenstoff zu binden, als neue Anpflanzungen. Weil Wälder unsere Lebensgrundlage sind, brauchen sie mutige Partner. Partner, die mit ihrem Investment dafür sorgen, dass Wald sich naturnah entwickeln kann und erhalten bleibt. Biodiversität, Wasser, Erholung und Kohlenstoff sind die vier wichtigsten Ökosystemleistungen, die Wälder für uns alle leisten können. FSC als verlässlichste Organisation für die Zertifizierung nachhaltiger Waldwirtschaft bietet Investoren Sicherheit, dass ihr Investment in die Förderung von zentralen Waldökosystemleistungen wirklich etwas bewirkt. Bei FSC-zertifizierten Waldbesitzenden wird in einem erweiterten Verifizierungsverfahren jährlich durch unabhängige Stellen überprüft, welche Maßnahmen zur Förderung von Ökosystemleistungen ergriffen wurden und was sie bewirken. Investieren Sie jetzt in die Zukunft, die Zukunft des Waldes. Denn Wald ist Leben. Investieren Sie jetzt in der Schweiz vergleichen.